Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen kleinen Projekt und zwar spielen wir Deponia. Ich habe ja ein Strawball gemacht und dabei kam raus, dass wir doch Deponia spielen wollen. Es war ziemlich nah zusammen mit Tombaider und ja, ich finde Deponia ist eigentlich ein ganz schönes Projekt wieder für den Anfang und deswegen fangen wir einfach mal an, wählt den Inventarmodus. Was? Inventarmodus. Inventarmodus. Inventar per Mausrad oder Inventar per Klick. Wir nehmen per Mausrad, weil es uns empfohlen wird. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja schon, aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir? Wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ja na gut, ne? Tutorials sind ja da, um zu nutzen. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, ähm, ähm, wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Hey, du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem, äh, Zungensymbol, dem Augensymbol, ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ach, es ist so süß. Es ist so süß. Ich glaube, er meint doch das, oder? Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Sobald das Auge erscheint. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Okay. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträckst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, ja. Rechtsklick. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Ach, wir reparieren das. Was mache ich hiermit? Ach so. Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Ja, dann pass mal auf hier. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutoriel. Es ist süß. Es ist so süß. Tschüss. Okay. Ähm. Können wir uns denn... Und? Kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einer der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Ah, okay. Gut, also ich hätte es nicht gewusst. Jetzt haben wir ein Ding und ein Yang und ein Brup und ein Pah. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Tadam. Und das meine ich ernst. So, wir haben das Ersatzteil. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Ach verdammt, ich klicke immer rechts. Es tut mir leid. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ja, und das können wir doch jetzt bestimmt... ...in die unauffällige Aussparung legen, die total unauffällig ist. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst... Steht hier unter der Schrottpresse? Wir sollten da vielleicht ein Stück rausgehen. Ich meine, drück den Knopf, aber vielleicht... Ähm, Rufus? Einen Tipp hätte ich denn noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Äh, steht in der Schrottpresse. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken. Und schon... Bist du Matsche? Ach, ich liebe Tutorials. Ja. Du alte Memme, denkst du, du hast Probleme. Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer gebohren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit fragt er, ich bin Sly. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Buster, er muss dann mal weg. Tadam! Tadam!